Ah, Alter. Wow. Ja, Cannabis wird weltweit immer häufiger legalisiert. Aber was steckt da wirklich dahinter? Heute spreche ich mal über die drei wichtigsten und meist übersehenden Argumente gegen Cannabis. Und es geht um starke Wirkstoffe, um die Einstiegsdroge-Debatte und ein entscheidendes Missverständnis, was dich garantiert überraschen wird. Ich bin ja ein Reuter, seit 18 Jahren Apotheker. Und ja, Cannabis ist eine komplexe Angelegenheit. Aber ich mache es dir einfach. Heute erfährst du einfach, was wirklich zählt. Dieses Zeug, zumindest der gute Stoff, den es bei uns in der Apotheke gibt, dieses Cannabis, das ist sehr viel stärker geworden. Heiliger Bimbang. Sehr viel stärker geworden und in Teilen auch gefährlicher, als du denkst. Weil in den letzten Jahren hat sich die Zusammensetzung von Cannabis verändert, teilweise drastisch verändert. Was früher als sanfter Entspannungsdroge galt, ist heute eben hochpotent. Und ja, Cannabis enthält im psychoaktiven Wirkstoff THC. Und genau dieser ist mittlerweile auf ein Niveau gestiegen, wo es tatsächlich ernsthafte gesundheitliche Folgen haben kann. Denn der THC-Gehalt, der hat sich von etwa 4% in den 90ern schon vor 10 Jahren verdreifacht auf 12%. Und er steigt und steigt und steigt. Warum? Weil es ist natürlich auf dem illegalen Markt sehr viel lukrativer. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe ja ein Interesse daran, meine Patienten, meine Patientin mit gleichbleibender Wirkstoffkonstanz zu versorgen. Eben mit gutem Stoff und ihnen zu helfen und nicht, dass die irgendwie noch weiter entgleisen. Und dann gibt es natürlich den schützenden Gegenspieler CBD. Da haben wir hier weniger als 1% drin. Vielleicht kann man das hier erkennen. Wir haben hier aber, ja, glattliche 22% THC drin. Das heißt, der schützende Gegenspieler CBD, der eben diese Psychosen oder die Angstzustände abmildern kann, der ist stark zurückgegangen. Und das macht therapeutisch hin und wieder verdammt nochmal richtig Sinn. Aber manchmal ist es eben auch gefährlich. Das Resultat, ein extrem unausgewogenes Verhältnis zwischen THC und CBD und das psychische Erkrankungen wie Psychosen, dann immer häufiger an der Tagesordnung sind. Und das hat auch damit was zu tun. Ein dramatisches Beispiel aus Großbritannien zeigt, während der Konsum von Cannabis deutlich angestiegen ist, ist die Rate von Schizophrenie, also eine Form von einer Psychose, stabil geblieben. Das Risiko ist besonders bei Menschen hoch, die ohnehin schon anfällig sind. Jetzt denkst du vielleicht, doch, oder egal wie du denkst, vielleicht wäre ja ein strengeres Verbot auch nicht die Lösung. Und ironischerweise könnte das Gegenteil der Fall sein. Prohibition hat bereits bei Alkohol dazu geführt, dass stärkere, gefährlichere Produkte auf den Schwarzmarkt gekommen sind vor circa 100 Jahren. Und genau das passiert dann eben halt auch bei Cannabis. Stell dir vor, Schnaps wäre der einzige Alkohol, den du bekommen kannst. Das Risiko für den übermäßigen Konsum, naja, es würde jetzt nicht zurückgehen. Sagen wir mal so. Und genauso ist es halt hier eben beim hochgezüchteten Cannabis. Wäre das komplett legal in allen Mengen, dann könnte man mildere Sorten regulieren und den CBD-Gehalt anheben und ebenso die Gefahren minimieren. Und dann müssen wir natürlich über Cannabis als Einstiegsdroge denken. Das ist ein Mythos, der zumindest mal hinterfragt werden muss. Cannabis ist die Einstiegsdroge. Das hört man ja vor allem im süddeutschen Raum, wo ich wohne, sehr, sehr oft. Aber was steckt dahinter? Eine US-Studie aus dem Jahr von 2015, also schon eine Weile her, hat ergeben, dass 45% der lebenslangen Cannabiskonsumenten irgendwann auch andere Drogen ausprobiert haben. Die Frage ist, wer hat denn noch nicht andere Drogen ausprobiert? Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Klingt aber trotzdem irgendwie beunruhigend, oder? Aber jetzt mal gut dabei, die Fische, ja, vielleicht sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Eine Auswertung zeigt tatsächlich, dass Jugendliche, die vor dem 16. Lebensjahr zu rauchen anfangen, ein 80-mal höheres Risiko haben, illegale Drogen zu nehmen. Das würde ich niemandem rauchen verbieten. Ich persönlich finde es jetzt einfach als Asthmatiker und auch als jemand, der geruchsempfindlich ist, für mich einfach absolut keine Wahl. Aber 80-mal höheres Risiko, illegale Drogen später mal zu nehmen, das ist schon ein Brett. Aber der Clou da kommt jetzt, Studien belegen, dass striktere Drogenverbote den Zugang eben zu härteren Drogen eher fördern. Ja, was willst du lieber? Einen, der sich ein bisschen dumm kifft und auf die Hanfparade geht? Oder willst du jemanden, der sich Methylidin und Crystal Methad oder sonst was wegballert? Wem würdest du deine Kinder eher anvertrauen? Wahrscheinlich weder noch, aber wahrscheinlich dann eher doch der ersten Gruppe. Das ist ja völlig logisch, weil die Dealer, die haben kein Interesse an deinem Wohlergehen. Das ist denen ziemlich scheißegal, da geht es hier um. Und die wollen verkaufen, ja, Money Rules. Und je verbotener, desto gefährlicher, also Fentanyl, Tilidin, Heroin und, und, und. Das Ding ist halt, seit wir jetzt in Deutschland hier die Teillegalisierung haben von Cannabis, sehen wir eben halt auch, dass die Mafia-Gangs hier deutlich aktiver sind. Und das ist natürlich auch nicht sehr schön zu beachten als Papa, nicht nur als Apotheker, sondern auch als Papa von zwei Kindern im pubertierenden Alter. In Portugal hat man sich 2001 für einen ganz radikalen Ansatz entschieden, die Entkriminalisierung von Drogen. Und statt Strafen hat man dann auf Therapie und Prävention gesetzt. Und was war das Ergebnis? Der Konsum von harten Drogen, der ist gesunken, genauso wie die Zahl der Drogentoten und der HIV-Infektion. Klingt gut, oder? Also sollte man jetzt Drogen legalisieren, um die Gesellschaft besser zu schützen? Das klingt paradox, aber genau das könnte vielleicht der Schlüssel sein. Darf ich das als Apotheker eigentlich überhaupt sagen? Was sagen denn da meine Kollegen? Oh je. Naja, wahrscheinlich gucken die das Video eh nicht. Aber ja, Punkt Nummer drei gegen Cannabis. Cannabis macht süchtig. Aber was bedeutet das denn eigentlich ganz konkret? Auch das stimmt, aber lass uns das mal genauer anschauen. Etwa jeder zehnte Mensch, der Cannabis konsumiert, der entwickelt eine Abhängigkeit. Die ist vor allem psychisch, aber nicht minder ernst zu nehmen. Vor allem der gesteigerte THC-Gehalt, der spielt schon Rolle. Das merkst du schon, also das ist was anderes als das, was wir Ende der 90er Jahre irgendwo hinterm Schulhof mal geschnüffelt haben. Und so eine holländische Studie hat gezeigt, dass so ein Anstieg von nur ein Prozent im THC-Gehalt landesweit eben zu 60 neuen Suchtfällen führt. Also wenn man jetzt dann eben von vier auf 22 Prozent kommt, das klingt jetzt nicht sehr, sehr viel rechnerisch. Aber trotzdem, wenn du es dann selber bist oder dein eigenes Kind, dann ist es scheiße. Was aber viele eben vergessen, auch legale Drogen wie Alkohol und Zigaretten sind stark suchterregend. Das ist gerade das Oktoberfest in München. Und die Krüge hoch, ein Prosit der Gemütlichkeit und die löschen sich die Festplatte. Und sagen wir mal so, die sind mit Sicherheit gewaltbereiter als welche, die einfach nur sowas zu sich nehmen. Also ich bin fern davon ab, das zu kritisieren, wenn einer kifft. Das ist jedem selber freigestellt. Natürlich würde keine Straftaten begehen, aber 16 Prozent aller Alkoholtrinker auf der anderen Seite, die entwickeln eben diese Alkoholabhängigkeit und bei Zigaretten sind sogar ein Drittel, die süchtig werden. Und jetzt lass uns nochmal da ins Hacker-Zelt oder ins Hofbräuhaus-Zelt gucken. Naja, da ist nicht alles so pießig wie auf der Hanfparade. Und es sterben jedes Jahr Millionen von Menschen an Folgen von diesen legalen Drogen. Aber es ist halt auch ein gutes Geschäft, ne? Aber niemand, wirklich niemand würde ernsthaft fordern, Alkohol oder Zigaretten zu verbieten. Soll man mal Markus Söder fragen oder auch andere Politiker? Weil durch die Legalisierung können die reguliert und kontrolliert werden. Und genauso verhält sich es dann aber auch mit Cannabis. Das eigentliche Problem ist nicht die Droge an sich, sondern die mangelnde Kontrolle und die mangelnde Forschung. Legalisierung bedeutet nicht, dass wir Cannabis immer gut heißen müssen. Aber das bedeutet, dass wir eben Verantwortung übernehmen müssen, das sicherer zu machen. Und das sage ich einfach so als Jan, aber auch natürlich als Apotheker. Und mal dran riechen. Also das ist schon heftig. Also das ist kein harmloses Graus. Es gibt Risiken. Und genau deshalb ist es einfach an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen. Wollen wir die Gefahren weiterhin ignorieren und die Kontrolle verlieren? Oder sollten wir die Risiken offen ansprechen? Und durch eine Legalisierung, wo sie jetzt in Teilen stattgefunden hat, was aber vorne und hinten nicht so wirklich funktioniert, die Möglichkeit zumindest beschaffen, Cannabis sicherer und verantwortungsbewusster zu konsumieren? Das ist ja sogar wahrscheinlich ein Anliegen von den Gesundheitspolitikern, aber das Konzept fehlt halt. Man sieht, dass es vorne und hinten nicht aufgeht und das ist natürlich ein riesiges Problem. Weil wenn du wirklich Fakten schätzt und die Gesellschaft hier schützen willst, dann führt kein Weg einer durchdachten Legalisierung vorbei. Also, Iron Lion Sign und wenn dir das Video gefallen hat, schau dir unbedingt mein nächstes Video an, das du hier findest und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Themen zu verpassen. Also, ein Winkel nach oben. Love, Peace, Bye.